Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Burggraf Metallbau der Ansprechpartner Nummer 1 in Zeitz und dem Burgenlandkreis, wenn es darum geht, ihre Vorhaben in Metall umzusetzen. Als mittelständisches Unternehmen entwickeln wir uns ständig weiter, um den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden. Mein Name ist Sigurd Burggraf. Ich habe den Betrieb hier an dem Standort mit einem Kollegen gegründet. Wir sind über die Jahre gewachsen mit unseren Aufgaben und beschäftigen heute 17 Mitarbeiter in den Bereichen Metallbau, Stahlbau und Schlosserei. Wir fertigen Balkonanlagen, Stahlbaukonstruktionen, Bauschlosserarbeiten sowie Sonderkonstruktionen in Stahl und Edelstahl. Hierfür stehen unseren Kunden eine Vielzahl an Materialien, Formen und Farben zur Verfügung. Die Qualität unserer Arbeiten sichern wir mit Meisterbetreuung und einem qualifizierten Fachkräfteteam. Hierfür bilden wir auch seit 1995 Lehrlinge aus. Und inzwischen steht nun die zweite Generation in den Startlöchern. Meine Söhne sind mit in den Betrieb eingetreten und arbeiten in den Bereichen Produktionsvorbereitung und Projektbetreuung. Durch unser hohes Maß an Flexibilität und eigener Fertigungstiefe sind wir in der Lage, auch schwierige Sonderlösungen unserer Kunden zu realisieren. Wir bieten unseren Kunden umfassenden Service von der technischen Planung bis zur qualifizierten Montage. Als langjähriger Partner der regionalen Industrie, aber auch für Privatleute, zeichnen wir uns durch Flexibilität und Zuverlässigkeit aus. Haben Sie individuelle Wünsche? Besuchen Sie uns und wir finden eine Lösung. Burg Graf Metallbau – Ihre Nummer 1